Sie hören jetzt das Gespräch. Herr Dr. Mayer, wie sind heute die Arbeitsmarktchancen für junge Ärzte? Die Arbeitsmarktchancen für Mediziner sind in Deutschland sehr gut. Nach wie vor haben die Krankenhäuser große Probleme, die Spezialisten zu finden, die sie benötigen. Momentan sind 5000 Klinikstellen unbesetzt und viele Praxen, vor allem auf dem Lande, suchen dringend Nachfolger. Woran liegt das? Das liegt zum einen daran, dass deutsche Ärzte auch weltweit gefragt sind. Es gibt einen starken Wettbewerb um die besten Köpfe, mit dem Ergebnis, dass viele Nachwuchsmediziner mittlerweile im Ausland tätig sind. Zum anderen bekommt im Schnitt nur knapp jeder fünfte Bewerber einen Studienplatz in Medizin, was auch zeigt, dass die Zahl der Studienplätze nicht gerade hoch ist. Welche Möglichkeit haben Bewerber, die keinen Studienplatz in Deutschland bekommen? Sie können warten oder ihr Glück gleich im Ausland suchen. In 14 EU-Ländern, darunter Österreich, Belgien, Holland oder Ungarn, spielt der Abiturdurchschnitt bei der Studienplatzvergabe keine Rolle. Dort sind viel mehr Tests, Einzelfallprüfungen oder auch spezielle Zulassungsgespräche ausschlaggebend. Ein Medizinstudium im Ausland kann sich auch deshalb lohnen, weil vielen Medizinern nach dem Abschluss sofort eine Stelle in Deutschland angeboten wird. Welche Trends sehen Sie heute auf dem Arbeitsmarkt? Die berufstätigen Ärzte werden immer älter. Schon jetzt beträgt zum Beispiel das Durchschnittsalter von niedergelassenen Ärzten 52 Jahre, während der Anteil an 35-Jährigen immer weiter sinkt. Der Ärztestand überaltert. In der Medizin sind die Frauen mittlerweile in der Mehrheit. Bei den Medizinstudierenden und den Absolventen liegt der Frauenanteil bei über 60 Prozent und mehr als die Hälfte aller medizinischen Doktorarbeiten werden von Frauen verfasst. Die Ärzteschaft wird weiblicher. Welche anderen Entwicklungen können beobachtet werden? Viele junge Ärzte suchen heute nach Möglichkeiten, Beruf und Familie besser zu vereinbaren. Die Zeit der Weiterbildung zum Facharzt fällt in den meisten Fällen genau in die Phase der Familienplanung. Früher hieß es, vor allem für Frauen, entweder oder. Mittlerweile sind Teilzeitstellen an den Kliniken eher akzeptiert und die Angebote der Kinderbetreuung verbessern sich allmählich. Welche Tipps geben Sie Berufsanfängern? Praktika bieten gute Gelegenheiten, um herauszufinden, für welches Berufsfeld man sich wirklich interessiert. Unbedingt sollte der Chef oder Oberarzt am Ende um eine realistische Bewertung gebeten werden, wo Stärken und Schwächen liegen. Ob jemand beispielsweise lieber Unfallchirurg, Hausarzt oder Labormediziner wird, sollte sich also nach den persönlichen Voraussetzungen und Interessen richten. Zwei Beispiele. Jemand, der operieren will, benötigt viel manuelles Geschick. Und für Labormediziner sollte der Umgang mit Technik und Datenmaterial zu diagnostischen Zwecken und weniger der unmittelbare Patientenkontakt ein besonderer Interessenschwerpunkt sein. Jetzt hören Sie das Gespräch noch einmal.